Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstand-Shop an. Ihr kennt es ja, am Wochenende kommt jedes Mal ein Shop-Video und deswegen wird das Ganze auch wieder so sein, heute. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Shop-Video anfangen, denn wir haben noch einen ganz kleinen Moment Zeit, lasst auf jeden Fall mal ein Abo oder natürlich auch die Glocke aktivieren, denn mehr als 60% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Leute, gönnt einfach mal, lasst ein Abo, da ist es kostenlos und ihr seid immer auf dem neuesten Stand, was Fortnite betrifft. Natürlich auch nicht vergessen, meinen Creator-Code Meta-8 einzugeben und schaut euch das letzte Video an, denn da habe ich euch gesagt, wie ihr zwei kostenlose Sprays in Fortnite bekommen könnt und das Ganze ist super einfach. Checkt es auf jeden Fall aus, macht damit und gönnt euch die zwei Codes. Wäre auf jeden Fall absolut Ehre. Dann würde ich nochmal sagen, ich bin mega gespannt, was wir Neues bekommen. Der Shop aktualisiert sich in zwei Sekunden und der neue Shop sollte jetzt auch schon wieder da sein. Und es ist tatsächlich, und ich habe Schluck aufbekommen, Bruder, immer wenn ich aufnehme. Faustjubel für 200 V-Bucks, ein cooles Emote. Sieht ganz entspannt aus, also für 200 V-Bucks darf man nicht allzu viel erwarten. Dann gucken wir direkt weiter. Sturm-Truperin für 800 V-Bucks. Diesen Skin hatten wir auch schon, ist öfter in einem Shop. Ist jetzt auch nichts Special-haftes. 800 V-Bucks, ein ganz gewöhnlicher Skin. Fuß-Finesse für 500 V-Bucks, ein cooles Emote. Haben auch viele schon, also war auch schon sehr, sehr oft im Shop. Ist jetzt auch nichts Neues. Dann haben wir Welle des Todes. Das ist neu, die Lackierung. Und die Lackierung sieht cool aus. Also feiere ich auf jeden Fall. Diese animierenden Lackierungen sehen eigentlich alle zu 99,9% richtig mies aus. Und ebenfalls hier auch. Also das Boot sieht vielleicht nicht so cool aus, aber die Waffen auf jeden Fall sehr episch. Also für 500 V-Bucks, wenn ihr euch das gönnen möchtet, unten in der Videobeschreibung, habe ich euch Xbox und PSN Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich sogar noch damit unterstützen. Wir haben nochmal Elektro Swing für 500 V-Bucks. Brandneuer Groove, altbekannter Swing, cooles Emote. Focus, ein Skin, den ich auch schon des öfteren im Shop gesehen habe, aber jetzt noch nicht allzu oft. Ist für 1200 V-Bucks ein gutes Angebot mit dem Nunchaku-Paket auf dem Rücken. Sieht auf jeden Fall auch nice aus. Mir gefällt das Teil auf den Augen nicht. Also dieses Bändchen muss da echt nicht sein. Ansonsten wäre das auf jeden Fall ein richtig stabiler Skin. Freche Wurst. Haben wir gestern neu in den Shop bekommen für 1200 V-Bucks. Haben sie auch schon einige gegönnt. Habe ich gesehen auf Instagram. Habt ihr mir auch geschickt. Also wenn ihr euch irgendwelche Sachen mit meinem Creator-Code kauft, kann ich das Ganze auch gerne in meine Story posten. Ich gebe da auch ein bisschen was zurück. Dazu passen nochmal Wurstchenkette. Also einer der wenigen Skins, die einen Kondensstreifen mit sich bringen. Sieht auch sehr cool aus. Kann man auf jeden Fall auch machen. Wir gucken direkt weiter, denn wir haben noch einige Sachen neu bekommen. Spektral-Sense für 800 V-Bucks und die Sense sieht echt geil aus, finde ich. Befördere sie selbst in die Geisterwelt. Das Ding hat auf jeden Fall Potenzial. 800 V-Bucks, gar nicht mal so viel für diese Spitzhacke. Eure Meinung gerne meine Kommentare. Aber dann kommen wir zum absoluten Highlight aus dem Shop und zwar Totenschütze für 2000 V-Bucks. mit dem zweiten Blick Rücken-Accessoire. Ihr seht es hier schon, da es wirklich ein Auge ist. Es ist wie ein zweiter Blick. Hier haben wir nochmal natürlich zwei Stile. Einmal ohne Kopfbedeckung. Feiere ich jetzt nicht so. Mit sieht es auf jeden Fall schon epischer aus. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch das gönnen möchtet, dann natürlich nur mit dem Creator-Code META-8, um mich zu supporten. Ansonsten natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr in der Zukunft nichts mehr verpassen möchtet. Die Glocke aktivieren. Dann sage ich Ciao und Tschüss und bis zum nächsten Mal.